Eigentlich sollte an der Stelle eine Taktikanalyse zum DFB-Pokalfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern folgen, allerdings haben meine Videos zum Erfolg von Leverkusen ohnehin nicht allzu viel Aufrufe und wir hätten uns doch ohnehin fast alle einen anderen Pokalsieger gewünscht statt Bayer Leverkusen. Der Ausgang des Finals hat doch ehrlich gesagt nur zwei positive Folgen für den deutschen Fußball. Einerseits ein erneutes Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen, nämlich im deutschen Supercup, was vor allem aus sportlicher Sicht dank der beiden Trainer Hoeneß und Xabi Alonso extrem interessant ist und andererseits, dass durch den Pokalsieg der Leverkusener der 1. FC Heidenheim kommende Saison international spielen wird. Das damit verbundene Erreichen der Conference League Playoffs soll Thema dieses Videos sein, in dem ich ein bisschen über Heidenheim sprechen möchte und warum sie eine Bereicherung für die Bundesliga sind, denn das wird ja häufig so ein bisschen in Frage gestellt. Sprechen wir zunächst einmal vor allem über das Sportliche. So ist es natürlich so, dass Heidenheim keinen schönen, extrem attraktiven Fußball spielt, aber sie liefern dir extrem spektakuläre Spiele, die häufig extrem dramatisch sind. Allen voran kann man da natürlich das Spiel nennen, durch das sie überhaupt aufgestiegen sind, damals bei Jan Regensburg, dass sie ganz spät noch zum 3 zu 2 gedreht haben. Aber auch in der 1. Liga haben sie immer wieder für Überraschungen gesorgt, so zum Beispiel auch den ersten Bundesliga-Punkt der Geschichte, damals geholt in Dortmund, nachdem man 2 zu 0 zurückgelegen ist. Aber man kann auch gegen Ende der Saison zum Beispiel das 3 zu 3 beim VfB Stuttgart erwähnen, also es ist auch egal, ob sie heim oder auswärts spielen, die werfen immer alles rein und können immer wieder zurückkommen, so auch beim legendären 3 zu 2 Heimsieg über die Bayern, nachdem sie 2 zu 0 hinten lagen. Aber selbst im Hinspiel gegen die Bayern kam man nach einem 2 zu 0 Rückstand plötzlich aus dem Nichts zurück, hat dann am Ende dennoch verloren, aber das sind trotzdem Momente, die so ein bisschen in Erinnerung bleiben und sportlich auf jeden Fall einen Mehrwert liefern. So sind auch fast alle Heidenheim-Spiele spannend, vor allem in der Schlussphase, da sie die Spiele immer offen und fast immer eng halten können. Also man gewinnt selten extrem hoch, auch wenn das letzte Spiel gegen Köln da jetzt ein bisschen dagegen spricht, bei dem 4 zu 1 Sieg und auf der anderen Seite verliert man auch selten extrem hoch. Wenn man mal viele Gegentore kriegt, dann schießt man vorne auch viele, ansonsten bekommt man eher wenige Gegentore. Die höchste Niederlage war dann noch das 4 zu 1 in Leverkusen, was aber auch ziemlich zu Beginn der Saison war, als man sich schon noch so ein bisschen an die erste Liga gewöhnen musste. Und genau das hat letztendlich auch dazu geführt, dass man überhaupt nach Europa kam, denn das Torverhältnis der Heidenheimer ist mit minus 5 jetzt nicht sonderlich gut, aber es war halt am Ende besser wie das von der Konkurrenz, denn sowohl Bremen als auch Freiburg waren am Ende punktgleich mit Heidenheim, aber hatten halt das schlechtere Torverhältnis. Heidenheim setzt ausschließlich auf Spieler und tätigt so auch die Transfers, die perfekt ins Kollektiv passen. Durch den ruhigen Standort, der vor allem durch Kontinuität geprägt ist, war man so an der Entwicklung einiger junger deutscher Spieler beteiligt, die mittlerweile entweder bei Heidenheim oder anderen Vereinen im Profifußball für Freude säugen. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, die mittlerweile auch woanders im Profifußball tätig sind, hast du zum Beispiel Robert Glatzl beim HSV, du hast Dorsch bei Augsburg, du hast vor allem Robert Andrich, der mittlerweile auch Nationalspieler und auch deutscher Meister ist, aber auch in den eigenen Reihen hast du Spieler wie Tim Kleindienst, Jan Niklas Beste, Lennart Maloney, die noch bei Heidenheim tätig sind, aber definitiv auch nochmal bereit wären für einen nächsten Schritt bei einem besseren Verein. So setzt man auf gutes Scouting, vor allem natürlich in Deutschland, in den unterklassigen Ligen, holt sich die Spieler, entwickelt sie gut weiter, klar, da sind jetzt keine Weltklassespieler bei, aber das sind häufig Spieler, die dadurch ein Niveau erreichen, von dem ich nicht wüsste, ob sie es ohne Heidenheim erreichen würden. Das passiert ja nicht nur mit ganz jungen Spielern, man holt da auch etwas ältere und bringt die dennoch auf ein deutlich höheres Niveau. Das beste und aktuellste Beispiel ist natürlich Omar Traoré, den hat man aus der dritten Liga geholt von Osnabrück, da war er natürlich auch einer der besten Rechtsverteidiger der Liga, aber dass er dann dennoch problemlos eine Liga überspringt und auch in der ersten Liga qualitativ nicht abfällt, ist auf jeden Fall bemerkenswert und kein Einzelfall bei Heidenheim. Und genau das führt man so auch fort mit den bereits getätigten Verpflichtungen für die kommende Saison, die man, wenn man jetzt auf das Datum schaut, extrem früh getätigt hat. Somit haben die auch genug Zeit, sich in der Vorbereitung einzugewöhnen und das ist halt einfach gute Arbeit. So holst du dir mit Leo Schienzer vom SSV Ulm den besten Drittligaspieler und auch ansonsten Luca Kerber, eins der größten Talente im zentralen Mittelfeld aus der dritten Liga. Ein Maxi Bräunig, der zwar abgestiegen ist mit Freiburg 2, aber dennoch auf jeden Fall schon gute Ansätze gezeigt hat. So holt man das Maximum aus den geringen Mitteln heraus, sowohl was die Ablösesummen für die Spieler angeht, aber auch was die Qualität der Spieler angeht, die jetzt im Vergleich zu den anderen Teams der Liga, sowohl in der zweiten Liga zuletzt, aber jetzt vor allem auch in der ersten Liga, deutlich geringer ist. Da gebührt natürlich der größte Respekt an Trainer Frank Schmidt, der jetzt schon ewig im Amt ist und da immer wieder auch, wenn Leistungsträger wegbrechen und weggekauft werden, die gut ersetzen kann. Was aber auch an einer guten Achse im Team liegt, mit Kevin Müller, der schon lange da ist, Kapitän Mainka oder auch Spieler wie Tomala oder Busch. Natürlich wären Traditionsklub wie der HSV, wie Hertha, wie der 1. FC Köln in der ersten Liga geiler, aber das Problem sind noch nicht kleine Teams wie Heidenheim, wie Mainz, die sich natürlich schon etabliert haben, wie auch Augsburg, sondern Teams wie Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg oder eben Leverkusen, die mir überhaupt den Anlass zu diesem Video gegeben haben, wenn auch auf kuriose Weise dank des DFB-Pokalsiegs, aber das sind halt einfach Teams, die einen Wettbewerbsvorteil haben und zudem fantechnisch nicht allzu viel zu bieten haben. Das ist ja auch häufig ein Argument, das gegen diese kleineren Vereine gebracht wird, dass sie eben genauso wenig Fans wie die eben genannten Vereine haben und dafür auch noch schlechteren Fußballspielen. Allerdings, wenn man auf Heidenheim schaut, klar, das ist jetzt der kleinste Bundesliga-Standort, das Stadion fasst jetzt auch nicht allzu viele Zuschauer, aber was Heidenheim angeht, ist der Support immer gut, auch auswärts bringt man relativ viele Auswärtsfahrer mit und man hat auf jeden Fall eine stabile Fanszene, das hat man zuletzt in Freiburg gesehen, beim Abschied von Christian Streich. Man hat es gegen RB Leipzig nicht unbedingt mit der Art und Weise des Protests gesehen, die war vielleicht ein bisschen drüber, aber dass man sich gegen Vereine wie RB einsetzt, ist auf jeden Fall völlig richtig und grundsätzlich finde ich, dass Heidenheim aus allen genannten Gründen auf jeden Fall eine Bereicherung für die 1. Liga war, in der 1. Saison, aber auch in den kommenden Jahren sein wird, sofern sie drinbleiben, aber ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Wenn wir schon dabei sind, in die Zukunft zu blicken, machen wir das auch noch bezogen auf den internationalen Wettbewerb. Man ist jetzt dabei bei der Conference League, das ist auf jeden Fall sicher. Das Problem ist und das Problem sehe ich jedes Jahr, egal wer dabei ist, für die Conference League muss man sich erst noch über Playoffs qualifizieren und da sehe ich ehrlich gesagt noch so ein kleines Fragezeichen, ob das überhaupt gelingen wird. Ist überhaupt nicht böse gemeint, ich glaube das wurde über das Video klar, dass ich es Heidenheim auf jeden Fall gönnen würde, aber es kann unter Umständen schon extrem schwer werden. Einfach schon an und für sich, weil auch die Teams aus den Vorjahren, ich glaube es war Frankfurt, Köln und Union, sich glaube ich auch relativ schwer getan haben, Vorteil ist natürlich, dass man sich nur gegen ein Team durchsetzen muss in Hin- und Rückspiel, nicht über mehrere Runden, aber dennoch kann ich das vor ein Problem stellen, vor allem wenn man ein Jahr zurückschaut, da war es der spanische Vertreter, also auch ein Team aus einer Top-Liga mit Cea Osasuna und die sind auf Club Brücke aus Belgien getroffen, also wirklich einen Top-Gegner, haben es da nicht geschafft sich zu qualifizieren. Brücke ist tatsächlich jetzt erst im Halbfinale der Conference League ausgeschieden, also je nach Losglück und dementsprechendem Gegner kann das auf jeden Fall schwer werden, selbst wenn es ein vermeintlich leichter Gegner wird, wird das auf jeden Fall kein Alleingang werden und könnte Deutschland in Bezug auf den fünften Champions-League-Platz ähnlich schaden, wie Osasuna Spanien in der aktuellen Saison, denn man wird dann als Teilnehmer angesehen, hat er aber nur zwei Spiele Zeit, um Punkte zu sammeln und letztendlich werden die Punkte ja durch die Teilnehmer der Länder geteilt, dadurch schadet das schon enorm. Außerdem nimmt dir das grundsätzlich die Planungssicherheit, weil du halt einfach nicht weißt, ob du jetzt mit der Dreifachbelastung planen musst oder nicht, bevor du diese Spiele absolviert hast, weil es kann gut sein, dass du dich nicht qualifizierst, dann hast du einen viel zu großen Kader, du kannst dich qualifizieren, dann ist gut, dass du einen breiten Kader hast, du kannst natürlich auch Spieler holen, die international spielen wollen, dann werden die aber unglücklich, wenn sie nicht international vertreten sind, aber ganz ehrlich, Heidenheim tickt da ohnehin anders, man hat ja wie gesagt schon die meisten Transfers getätigt, da ist dann natürlich die Frage, ob es qualitativ wirklich reicht, um international irgendwie etwas reißen zu können, aber ich glaube im Verein sieht man das ohnehin nur als Bonus an, man reist da einfach mal durch Europa, wird sein Bestes geben, falls etwas dabei rumkommt, dann kommt etwas dabei rum und man kommt weiter, falls nicht, dann halt nicht, der Fokus wird halt auf der Bundesliga liegen, um da in der Klasse zu bleiben, hört sich jetzt erstmal drastisch an, nachdem man in der ersten Saison in der Bundesliga direkt mal einen internationalen Platz erreicht hat, aber ich glaube die Verantwortlichen wissen genau, um was es gehen wird und das ist eben der Klassenerhalt, das spiegelt sich auch in der Kaderqualität und den getätigten Transfers wieder, daher hätte ich da keine Sorge, dass man jetzt wie Union Berlin übermütig wird, bin aber dennoch extrem gespannt, wie man sich in der Zukunft schlagen wird, denn man muss schon auch hervorheben, dass man zuletzt overperformed hat, also was die Punkteausbeute angeht und man war natürlich auch glücklich, dass die Konkurrenz so schwach war, dass es überhaupt für Europa gereicht hat, nichtsdestotrotz sollte man sich darüber erstmal keine Gedanken machen, mitnehmen, was man mitnehmen kann und dann eben mit Euphorie in die kommende Saison gehen. Das soweit ein doch länger gewordenes Video über den 1. FC Heidenheim, in dem ich einfach mal ein bisschen über den Verein sprechen wollte, nach der 1. Bundesliga-Saison. Schreibt mir liebend gerne eure Meinung in die Kommentare, falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!